Ich glaube, es sind jetzt zwei Filme hinterein, äh, zwei Filme mit einem. Kannst ja auch nicht sehen. Hast du auch nicht ausgemacht? Äh, er hat auf Stopp gedrückt hier, aber... Ist dann am zweiten, ist ein zweiter Film, oder? Achso, ja, hier steht der Filme insgesamt. So, die Finger sind dann noch von vorhin. So, die Finger sind dann noch von vorhin. Das war das, äh, Vorbeiflug am Rücken. Das ist das, äh, Teleron, ne? Das ist das, äh? Das ist das, äh, Teleron, ne? Es gibt nicht zu groß. Es gibt nicht zu groß. Ja, langsam vorbei über den Gegenwänden. Hört sich gut an, ne? Aber ich weiß oft nicht, wo du bist. Das ist auch so schön. Ich weiß oft nicht, wo du bist. Das muss man... Ich weiß nicht, was von ihm passiert. öffne sich noch, wo du bist. Es ist immer langer vorbei. so eine kurve so das ist alles ein bisschen anders als die fläche hat also bei dem wetter ist das echt schwierig das zu filmen ist echt sehr schwierig sie macht er macht ein bisschen steuerung der segel ja so viel und jetzt Das ist aber schnell vorbei jetzt. Ich denke, das ist ganz schön schnell, ne? Na, das Aufnehmen ist ja noch schwierig als das Fliegen. Ja. Na, den mal runter. Ruder raus. Kriegst du es ja nicht runter. Das ist ja ein Tod. Das ist ja ein Tod.